Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Fail, COD, Black Ops 2, Take 3 mittlerweile. Take 3, deswegen auch Let's Fail wieder weiter. Mein PC ist scheiße. Die anderen zwei Takes, sag ich mal, lade ich dann als Outtake hoch. Mal gucken, ob die bei mir gespeichert sind. Das wäre natürlich schon irgendwie krass. Bei mir auf dem Channel werden sie definitiv zu sehen sein. Bei Lukas, sein Bruder, Taco Salat, wie auch immer, wie er sich Georg gerade nennt. Nicht. Too much input. Too much input. Beim dritten Versuch. Wir spielen eine Challenge in Black Ops 2. Wir spielen nur mit Ballistikmesser und halt eben Extrasachen. Keine Primärgranaten, keine Taktikgranaten, keine Primärwaffe. Aufsätze gibt es ja nicht. So, irgendwas vergessen? Wir spielen ohne Punkteserie. Ja, keine Punkte sehen. Und wir spielen auf der Map, Newtown 20, 25 und das im Game-Modus 5 für alle. Und hier spielt werden 30 Punkte zu erreichen. Moment, muss man gucken. Ja, ich muss noch mal gucken. 10 Minuten, 10 Minuten, 30 Punkte. Ja. Wir lassen es nur so. Wir sind 10 Minuten sowieso kein 30 Punkte, die sollen bringen. Ne, ich muss ja... Huch, ich wollte doch wieder runter... Doch, dann kann ich auch eigentlich jetzt den Ventilator wieder ausschalten. So. Punkte Limit 30, 10 Minuten. Frei für alle. Und das eigene Klassen. Ausgegebenen Klassen brauchen wir nicht. So. Sag, wenn du ready bist, sag ready. Ready. Okay. To take off. Dann starten wir jetzt zum zweiten Mal die Runde. Ne, wir hatten zum dritten Mal. Nein, zum zweiten Mal. Beim ersten Mal... Ne, beim ersten Mal bin ich auch schon reingekommen. Ne, stimmt nicht. Beim ersten Mal habe ich noch ausgewählt und bin ich schon rausgeflogen. Genau, beim ersten Mal war es nämlich beim Auswählen. Beim zweiten Mal habe ich dich, glaube ich, schon sechs, sieben Mal gekillt, ja. Und du mich drei, vier Mal. Und ja. Ne, nicht sechs... Ne, 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 ne. Du hattest mich vier Mal gekillt und ich hatte dich dreimal gekillt. Ich müsste gucken jetzt, was... Glaube ich zum Aufnahmen. ...namemäßig da ist. Wuh! Nein! Nein! Im Sprung habe ich dich geholt. Ich wusste schon mal, wer ist, dass du da hinten spawnst. Boah! Boah, Alter! Der Dur warst ein bisschen früher als ich. Warte mal, wie sieht das bei mir aus? Ja, okay, ich habe mit zwei Messern gemessert, aber nicht. Ja, mit zwei Messern! Du messest es mal mit einem. Ne, ne, also bei mir sieht es aus, als ob ich mit allen beiden zusteche. Das kann Sinn, dass bei dir dann anders aussieht. Hm? Weil zu ihr gesagt, bei mir sieht es aus, als ob ich mit allen beiden gleich mal zusteche. Hä? Wo ist er denn? Boah! Da war er. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ja, 2-1. Du willst so in den Challenges, da ziehe ich dich immer ab. Nein! Ja. Ich habe dich karte auf die Szene. Du ziehst mich voll ab. Ja, klar. Mach ich schon. Boah! Nein, das besser komme ich nicht mehr ran. Daneben. Nein! Wirklich? Sag mal, hast du jetzt deinen Heck angemacht, oder was? In der Runde vorher, in der Runde vorher hast du nichts gerissen gekriegt, ja. Na, guck mal, da war ich schon da unten. Ja, da habe ich mir aber so offen hingestellt. Ja, das war jetzt echt auf. Boah, wo bist du denn? Ich finde dich nicht mehr. Ja. Ich habe vom Weiten geschossen, einfach nur vor dich gezielt und habe dich damit geholt. So, du verlierst jetzt den Kopf. Zack. Schippschlapp-Kopf ab. Du. Huuuuh! Nein! Ich wollte dich abwerfen. Ich habe mich voll jach gerade. Du willst mich auch einfach jetzt wirklich messern können. Ja, aber ich kann sofort messen. Das ist völlig ungewohnt für mich auch vorzudrücken. Ja, da hast du recht. Ich wohne unter dir. Geil. Ich sag doch in den Challenges, das zieh ich dich ab. Ja, und wenn wir ihn nicht aufnehmen, dann zieh ich dich ab. Ja, das geht mir grad voll auf die Nerven. Ich glaube, wir müssen den... Wow, den hab ich gehört. Nein. Der hast du auch gehört. Ja, den hab ich kommen sehen. Ich glaube, wir müssen noch eine Evo-Runde aufnehmen. Ja. Nein. Alter voll ins Fuß. Ja, weil voll ins Fuß. Ey, alter ins Fuß, junger. Verrückter Mongo. Was wie hingeschossen ins Fuß. Na, wo bist du denn? Ja, bisschen mehr was auch da. Ja, ich bin im Kinderzimmer. Oh, wie geil. Komm ja auch gerade so raus, jetzt wo ich es verraten habe. Jetzt eh wusste, wo ich sitze. Hä? Komm, jetzt weißt du, wo ich bin. Ich hab nur was... Ich hab nur gehört, dass es was kaputt gemacht. Das ist auch nicht was. Vor allen Dingen, ich müsste dich noch nicht mal handen. Normalerweise musst du mich handen. Warum? Weil ich eigentlich kein mehr habe als du. Ja und? Das ist kein Grund wirklich, sich zu verkämpfen. Ich kämpfe ja auch nicht. Die ist da? Seh ich. Ich seh ich, was? Ich kann von der Seite angelaufen. Ja, ich sehe, dass du dich nicht verkämpfst, weil du mich gerade getötet hast. Also, warum sind hier keine Puppen? Was hast du mit den Puppen gemacht? Was sind für Puppen? Ja, in den einen... Genau hier, wo ich dich gerade gemessert habe. Von Puppen vorhin. Was? Ich hab die schon voll... Du hast voll den Pinkwater halten. Fängt der schon wieder an? Nein! 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 Ich war noch drauf! Nein! Ich kann nur noch messern! Was? Halleluja! Ich hab voll gemessert. Das kann nicht wahr sein. Ich könnte nur noch messern. Ich habe alle für... Hast du mich gerade abgeschossen oder hast du mich gemessert? Tja, das siehst du noch in der Kilke. Das erkennt man nicht mehr in der Kilke. Das ging gar zu schnell. Ich hab dich abgeschossen. Boah! Jetzt bin ich deine... Jetzt hab ich dich überhört. Boah, wie kannst du mich denn so leicht treffen? Du darfst dich vergessen, das Messer hat noch einen Dropdown. Das fliegt im Bogen. Wurde dropped. Ach so, ja. Alter, die Leichen. Da liegst du? Da lieg ich. Nein! Im Sprung hat er mich geholt. Das sieht bestimmt geil aus bei dir. Ja, das war richtig geil aus. Boah! Boah, ey. Ich bin zu faul bei My Escape. Kann ich das doch hier? Optionen. Steuerung. Ja, dann... Bleib ich mal kurz hier stehen. Das war so zu klar. Ne, mach ruhig weiter. Oder... Ja, gut. Ist mir auch echt egal. Machen wir es mal so. Wunder, warte mal. Ganz kurz nochmal. Option. Steuerung. Komm. Das geht auf dem Spiel. Ja, sehr gut. Wie gesagt, mit der Standardbelegung komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Mit dem V. Das geht eigentlich. Also... Wenn du nur Messerkampf machst und da brauchst du eh nur Sprinten. W, A, S, D. Linke Maustaste. Und V. Boah, da hab ich erst geschossen statt zu Messern. Das hab ich dir auch nicht mit ihr gehört. Der Schuss. Bam, Headshot. Bam, Headshot. Ins Knie. Mutti. Jetzt hab ich die Puppe abgeschossen. Boah. Nein! Gut funktioniert wieder das so. Naja, es steht 12 zu 8. Ja, du hast das auch richtig benutzt. Ja, naja, weil es sind ja in die Brust. Ja, die Maustaste. Richtig geil. Ach so, du hast auch eine andere Maustaste hier nicht. Ja. Noch so eine extra Maustaste. Ja, die hab ich auch dran. Andere G400S. Ah, er hat Werbung gemacht. Was soll sich was schämen? Was für uns? Ja, ich hab ne Logi, die G400S. Logik, die gibt es. Dem sind nicht mehr für Mäuse. Ich? Logitech? Ne, Logitech ist aus, äh, glaub... Also wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem gesamten Mausbisten ist richtig rausgegangen. Seid, die machen vielleicht noch teure Mäuse. Und die haben sich glaub unbedenkt in Logi. Auch ein neues Zeichen und so. Davon wies ich nicht. Wie gesagt, die haben auch die Logitech Tastatur. Boah, ey, du hast schon geschossen, bevor ich dich dich gesehen habe. Ich hab dich schon gesehen, bei mir was schon um die Ecke. Und du hast einen Achtzer Ping. Ja, Achtzer Ping. Ping ist doch mal. Nein! In den Armen. Oh ja. Richtig nice. Ne, nicht wirklich. So, wo ist er denn? Da ist der Louis! Oh! Was ist vorbeigemessert? Oh, den hab ich vorbeigesemmet. Den hab ich auch getroffen. Oh, jetzt werd ich auch nicht zu rennen und messern. Und da mit der Armbrust, das wird dann auch interessant. Oh ja. Wenn man jetzt schon so schlecht schießen. So müssen wir eigentlich erst messern, wenn wir fertig waren. Bei der Armbrust oder meinst jetzt hier? Ja, bei der Armbrust. Bei der Armbrust. Na, ich meine, wenn du zu nah dran stehst, dass da die Explosion dich auch killen könnte. Ja, ich würde sagen, wir können auch messern, auch wenn die Armbrust noch nicht alles. Ja, ne, weil, ne, das soll ich sagen, nur einer. Oh! Was? 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 Na, das war bei mir noch auf, noch mal sind. Ich hab schon vollgemessert. Den Vorteil. Der stimmt ja auch. Mami, Don Gerhard. So hingefahren. Hey, du bist mir auch noch sehen. Ah, da ist auch. Nein! Ja, im Sprung, Junge, im Sprung. Jetzt müssen wir mal jetzt angucken, dass wir hoch. Voll putei, Alter. Oh! Ich hab dich schon gemessert! Oh, das ist voll unfair! Oh, nein! Ich hab dich gemessert! Oh, das ist voll unfair! Oh, nein! Ich hab dich gemessert! Oh, der H.U. für die Linkgant. Toll, was richtig geil war, weil ich hab mal gestern geguckt, nach so ne neue Maus. Da hab ich den gesehen. Ich bin grad mitten auf dem Startfeld. Ah, da! Nein! Oh, Ping-Trop. Oh, Ping-Trop. Ähm, da hab ich noch richtig, ich sag ich mal lustige Maus gesehen. Du stell dir mal vor, du hast ne Maus jetzt gerade in der Hand. Und jetzt dreh mal, ähm, dein Gelenk um circa 10 Grad, oh, da unten bist du ja schon. Ähm, nach rechts. Das ist richtig geil, also dann ist, als ob deine Hand hochkant steht. Äh, einmal frei. Das gibt's nicht, da hat der Last Kill gemacht. Ja, 10 Grad sind so nicht 20 Grad. Au, ich hab die Challenge geholt, die auch, sozusagen. Den Last Kill müssen wir uns nochmal angucken. Ja, und, 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 komm. Was? Ich wollte ein Messer, und hab mich, äh, Messer lassen, sozusagen. Guck mal, du hast zwei Kills hier, zwei Kills beim Messer. Ja, deswegen. So, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hopp, bis dann. Jo, bis zum nächsten Mal. Juhu, 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 juhu. Wollen wir raus jetzt.